Das ist einfach, das ist einfach ein Panzer. Nein! Was geht? Ich werde, ich werde beschossen. Junge, das Spiel ist echt wie der freaking Ziegensimulator. Das ist Harry. Und Harry ist ein Eichhörnchen. Und wir werden am heutigen Tag die Frage beantworten, was passiert, wenn Harry eine Waffe bekommt? Denn wir spielen am heutigen Tag Squirrel with a Gun. Oh, ich bin sehr gespannt. Wir sind aktuell im Geheimbunker und müssen, glaube ich, da oben die Nuss klauen. Das ist ja geil, Mann. Angeblich soll das Spiel ein bisschen an Goat Simulator erinnern. Hopp. Oh, okay. Wir können springen. Kein Problem. Jawohl. Sehr gut. Gut. Müssen wir... Ich glaube, wir müssen hier alle Dinge aktivieren. Kann das... Ah! Ah! Okay, alles gut. Ah, okay. Den aktivieren wir. Zack. Hier auch die. Sehr gut. Junge, wie soll ich denn da rankommen? Vielleicht kannst du etwas darauf werfen. Hier eine Nuss. Oh. Alter. Ah! Okay. Wir können Sachen so wegslashen. Aber das Ding ist, Nüsse bestimmt. Ich brauche Nüsse. Ah! Alright. Jawohl. Wupp. Perfekt. Ich kann hiermit auch springen. Zack. Zack. Und... Treffer. Sehr gut. Die Nuss ist frei. Ich wiederhole. Die Nuss ist frei. Und die Nuss. Streng geheime Eichel. Oh! Was passiert jetzt? Oh, oh. Das hätten wir nicht tun sollen. Die nächste Tür ist offen. Alter, wer bist du denn? Yo, was? Moin. Es geht. Er will kämpfen. Ja. Na komm. Nimm die Waffe. Alter, wie heftig ist die Grafik von diesem Eichhörnchen, Mann. Oh! Nimm die... Ich... Ich nimm die Waffe. Oh, oh, er kommt. Bats! Warte, dass du wegkommst! Okay. Alter, er hat mega viel AP. Der Gegner ist betäubt. Das ist deine Chance, einen Takedown auszuführen. Ich geh vorne ran und drück E. Ja, also das war ein Takedown. Auf jeden Fall, Mann. Ja, leg dich halt einfach nicht mit dem Eichhörnchen an. Dann kriegst du auch keinen Stress. Komm, mach auf den Laden hier. Soll ich da mal draufschießen? Ah! Oh, da sind noch irgendwelche Typen. Aber wir können uns hier aber so ein bisschen hinter verstecken. Weil die haben auch Waffen. Ich krieg mich niemals! Oh Gott. Okay. Aua. Oh, Alter. Ich hab auch immer fetten Rückstoß. Gut, ich bin ein kleines Eichhörnchen. Was will ich machen, Alter? Ohne einen kann ich... Könne ich einen Takedown... Ich brauch den Takedown! Ich brauch die Nüsse! Gib mir die Nüsse! Alter. Als ob. Neun. Jungs, chillt! Ich wurde erschossen. In die Nuss gebissen. Okay, easy, easy, easy. Ich glaub, hier vorne kriegst du wieder ein bisschen Munition. Oh, warte mal. Jetzt mach ich Double Takedown. Zack. Tschüss. Wie irgendwie eben winkt. Oh, der andere ist aber wieder am Start. Bats. Takedown. Tschüss. So, okay. Die lassen auf jeden Fall ein paar geile, saftige Nüsse fallen. Entschuldigung. Gib mir... Bill, gebt mir eure geilen, saftigen Nüsse. Was sind denn das hier für Dinger, warte? Oh, das sind... Ah, okay. Die explodieren. So, wieder hier. Bats, Junge. Oh, ja. Das sieht interessant aus. Okay. Ey, hier kann ich doch einfach drüber springen, oder nicht? Oh, warte. Hier unten sind ja Sachen. Ich will ja hier unten dann rumlaufen. Ich weiß zwar nicht, was die Nüsse bringen, aber ich sammle die natürlich mal ein. Vielleicht kann man die irgendwie für Upgrades oder sonst was benutzen. So, fahr mich hoch, bitte. Danke. Zack. Sprung ging auch. Ja, bis da, du. Ist geil. Ich meine, das hier wird, denke ich mal, die Tutorial-Mission sein. Dass man sich mit allem so ein bisschen vertraut macht. Oh, ja. Hier fällt man schon in die Lava. Chillig. Hier geht es auf jeden Fall runter. Oh, müssen wir die Dinger wieder aktivieren? Wahrscheinlich. Hier runter. Wieder hoch. Chillige Lava. Oh, warte, was ist das da unten? Habt ihr das? Eh. Oh, ja. Das ist... Oh, die sieht krasse aus, die Waffe. Warte mal. Jetzt gehen wir mal hier nach unten, weil irgendwas ist da. Was ist das? Dieses Fragment erhöht die maximale Nachladeenergie. So, trotzdem habe ich keinen Bock hier in diese heiße Lava zu fallen. Muss ich hier überhaupt längs? Ich mache es einfach. Oh, da ist eine dicke Nuss. Was bringen denn diese... Danke. Goldene Eichel. Heiße Sohle. Okay. Dann laufe ich wieder zurück. So, einmal hoch, bitte. Und... So, achso. Schieße ich an oder was? Oh, ja. Perfekt. Sehr gut. Ich bin einfach Meisterschütze. So, warte mal. Und jetzt kann ich nachladen oder was? Aber ich hätte auch einfach wahrscheinlich hier drauf gehen können. Oh, nicht... Keine Waffe? Du musst unbewaffnet sein. Gut, warte mal. Dann lege ich jetzt mal... Verdammt. Okay. Space. Ah, und dann... Ah, guck mal. Dann kann ich hier einfach hochklettern. Wupp. Ich wette mit euch, man kann... Ah, guck mal. Dann sieht man, in welche Richtung man springen würde. Zack. Ich wette mit euch, dass wir uns was für die Nüsse kaufen können. Oh, da ist auch wieder eine dicke Nuss. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, okay. Okay. Ich weiß sogar. Warte. Zack. Dann müssen wir jetzt... Ich bin verbrannt. Ja, warte, 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 warte. Ich will ja eigentlich... Warte mal, ich mach das anders. Zack. Ich kann doch eigentlich... Warte, wie weit kann ich springen? Doch, das schaff ich doch. Let's go! Okay, ich hab's geschafft. Alles gut. Genau, hier wollte ich hin. Perfekt. Wupp. Oh, die dicke Nuss. Must und... Ah, okay. Wupp. So, gib mir bitte meine Waffe wieder. Space, space... Ah, wahrscheinlich, dass wir... Oh, nee. Space? Ach, als ob. Jawohl, Junge. Einfach Double Jump. Ah, guck mal. Ja, genau. Da kriegen wir immer... Jetzt müssen wir wahrscheinlich ganz, ganz viel jumpen. Kein Ding. Wupp. Easy. Oh, als ob. Wenn wir 100 haben, können wir die Uzi freischalten. Zack, Junge. Jawohl, Junge. Du hast die Maschinenpistole gefunden. Drück ab und lass krachen. Ich brauch ja erstmal einen Feind oder so. Oh Gott. Oh, oh, oh. Warte. Hyperfokus. Oh, nein. Ich bin direkt runtergefallen. Yo. Alter, yo. Das ist ja absolut... Oh, Vorsicht. Ich brauch neue... Neue... Alter. Das ist... Das ist... Oh Gott. Natürlich. Ey, das ist ja zu geisteskrank. Weil du wirst ja sofort so weggeballert. Ja, ohne Witz. Ich weiß gar nicht, ob ich das andere so viel besser finde. Weil ich... Ich fliege halt super krass in die Luft. Ah ja, ihn habe ich jetzt direkt gefinisht. Kiefernzapfen aus Kugeln. Nachladeenergie. Okay, wir machen aber auf jeden Fall mehr Schaden, Alter. Damit finishen wir die direkt. So, Dankeschön. Alles einsammeln. Oh, warte. Da unten ist nochmal eine dicke. Die Frage ist... Achso, warte mal. Ne, ich kann doch hier auch. Warte mal. Ich probiere es mal aus. Ja, okay. Easy. Die Frage ist... Können wir da jetzt... Ja, das schaffen wir. Wieder voll machen. Danke, Jungs. So, hier kann ich direkt hoch. Nice. Oh, was ist das? Augenklappe. Ah, es gibt auch so Cosmetics. Alter. Ja, warte. Die will ich doch mitnehmen. Achso, die kann ich nicht mitnehmen, weil ich... Obwohl, warte. Aha, sehr gut. Jetzt müssen wir aber nach hier oben. Das ist geil, Mann. Ohne Witz, diese Mechanic des Hochjumps und so weiter mit der Waffe, das ist so smart. Das haben die echt richtig gut gemacht. Oh, Glück gehabt. So, hopp. Oh, Glück gehabt. Alter, das ist wirklich cool. Ohne Witz. Bockt. Am Anfang war ich mir nicht sicher. Äh, jetzt müssen wir nach da oben, oder was? Ja. Passt perfekt. Und da ist, glaube ich, auch die letzte dicke Eichel. Haben wir alle? Ja, ja. Alle Eichel haben wir. Müssen jetzt aber trotzdem hier vorne hin, oder was? Ah ja, hier ist auch noch so ein Special-Ding. Danke. Davon haben wir auch zwei von drei. Hat sich da unten was geöffnet? Nee. Fehlt uns noch irgendwas? Also klar, uns fehlt da irgendwie noch eins von diesen Drehdingern. Ah, warte mal. Hier ist dieses... Ah, warte, 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 warte. Jetzt checke ich das erst. Guck mal da, warte. Das war dumm. Hier, warte mal. Das schmeiße ich mir jetzt weg. Und dann können wir hier hoch. Jawohl. Jetzt sind wir in der richtigen Welt. Als ob. Geil, Mann. Ey, ohne Witz. Das erinnert mich komplett an Goat Simulator. Open World. Geil. 400 Nüsse, 12 von den krassen Dingern. Wir wollen das Auto haben. Da sind die dicken Nüsse. Und dann können wir nämlich... Ey, dann kriegen wir so ein Auto. Das ist geil. Die Nachbarschaft ist ein offenes Gebiet, in dem jede Menge goldene Eicheln drauf warten, gefunden zu werden. Auf die Nüsse, fertig, los. Okay, Ziel. 400 von den kleinen Nüssen, 12 von den goldenen. Okay, uns wird hier so eine kleine Spur gelegt. Ins Haus. Oh. Oh ja, hier geht's ab. Ich weiß nicht, warum hier Lava ist. Uh, das hat sich bewegt. Aber ich werde es einfach mal nicht hinterfragen. Das Ding... Uh. Ist, wir haben gerade auch keine Waffe oder so. Das macht mir eigentlich viel mehr Angst. Aber wir sammeln zumindest schon mal kräftig Eicheln. Ah, hier. Inhalt Pulli. 50. Uh, sollten wir die 50 ausgeben? Ja, ich glaube, das müssen wir sogar. Damit wir zumindest die hier haben. Weil die konnten wir ansonsten nicht mitnehmen. Zack. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Rückstoß. In die Nuss gebissen. Oh ja, da habe ich mir dicke Nuss gelegt, Alter. Aber okay. Man spawnt trotzdem wieder hier. Das ist ganz chillig. So. Jetzt fällt das da runter. Oh, und da ist die, da ist die dicke Nuss. Entschuldigung. Oh, da haben wir die erste. Geil. Oh, da oben ist auch. Ach, guck mal hier. Warte mal. Wenn ich jetzt Q drücke... Das brauche ich nämlich jetzt, weil irgendwas... Okay. Ah, dann... Oh, oh. Ich habe nichts zum Nachladen. Weil jetzt ist auch meine Waffe... Ist leer. Und ich... Kann nicht richtig nachladen. Aber scheinbar hat es keine Konsequenzen mehr, wenn wir draufgehen, oder? Zack. Zack. Sehr nice. Oh, die nächste. So, warte mal. Wir haben jetzt schon sieben Stück davon. Nee, ich will nicht... Ich will da keinen Pulli. So, hallo. Schönes Haus. Du kannst Burger ausrauben. Oh, okay. Yo. Gib mir dein Geld. Ja, ja. Gib mir... Gib mir all deine saftigen Nüsse. Okay. Gib mir... Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Sind genügend Nüsse. Klettere auf einen Farmmast, um die Gesamtmenge eines Gebiets freizuschalten. Ich weiß nicht unbedingt, was das bedeutet. Wahrscheinlich können wir dann die Maps ein bisschen freischalten. Oh, die bewachen das hier. Moin, Jungs. Ey, ey. Warte. Ich bin doch nur... Ich bin nur ein kleines Eichhäuschen mit einer Waffe. Hey. Okay. Jetzt wollte ich... Oh, finishen. Finish. Ich habe die Waffe weggeworfen. Oh Gott. Ey, ey. Was passiert, wenn ich... Oh, oh. Jo, was geht denn mit ihm? Alter. Oh, oh. Aber er hat... Er hatte irgendwie so super special Kräfte. So. Jetzt hier. Zipzap ab. Gib mal her hier. Das muss ich wieder einsammeln. Entschuldigung. Ach so, stimmt. Hier müssen wir so rauf. Das muss ich einmal abgeben. Zack. So, danke. Geht's noch weiter? Es geht noch weiter nach oben. Aber müssen wir... Oh, kann das sein, dass wir hier rauf müssen? Und dass da irgendein Endboss auf uns wartet? Aua. Als ob hier sind... Der ist so... Der wirft mit Granaten. Das ist... Okay. Du... Oh. Jetzt müssen wir mal gucken. Die beiden habe ich ja besiegt. Aber ich muss ja trotzdem da irgendwie reinkommen. Und im besten Falle... Mit meiner Waffe. Ah, war der ja so. Boom, Alter. Oh, Alter. Ne, es sind hier einfach Minen. Das sind freaking Minen. Das ist nichts, was er wirft. Es sollte ein Outfit geben, das Explosionsschaden standhält. Ne, was ich machen würde ist... Rein. Hier kann ich ja nachladen. Oh, Alter. Er hat eine Schock... Er hat eine Flücke. Lass mich hier rein. Uff. Okay. Alles entspannt hier. Er hat mir... Er hat mich einfach entwaffnet. Aber das Gute ist... Ich kriege hier eine dicke Nuss. So. Goldene Eichel. Achtung, Minen. Ja, guck... Ich sag doch, das waren alles Minen. Aber ich muss jetzt... Wow. Das ist meine Waffe. Tschüss, Brudi. Ey, du mieses. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ich mache hier Slowmotion an. Verliere erst mal meine Waffe. Jetzt gibt es Heckmeck. Jetzt gibt es den Schaden, Alter. Batz. Und das ist die Shotgun. Ich finish ihn. Ey, hoffentlich können wir die Shotgun nehmen. Bye, bye. Danke. Mal gucken. Shift. Nee, er steht wieder auf. Digga. Okay. Uh. Oh, das sind... Das sind viele Eichels. Das sind... Das ist ein Digga. Das ist der... Oh, ne, er steht einfach wieder auf. Er ist der... Er ist der fucking auserwählte... Ist er unbesiegbar? Kann das sein? Nee, jetzt ist er besiegt. Aber das können wir... Die Waffe können wir trotzdem nicht nehmen. Vielleicht müssen wir die erst mal freischalten. Ja, okay. Er regeneriert sich. Ah, er läuft weg. Durch seine eigenen Dinger. Okay. Ja, warte mal. Ich mach das einfach ganz easy. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Aua. Nimm die Waffe. Perfekt. Das haben wir eigentlich gut gemacht. Und draußen. Easy. So, haben wir... Okay, 400 haben wir mit... Mittlerweile nicht. Was geht hier ab? Äh. Hm. Hahaha. Hahaha. Das ist einfach... Das ist einfach ein Panzer. Oh, ne, voll. Nein! Was geht... Ich werde... Ich werde beschossen. Hahaha. Junge, das Spiel ist echt wie der freaking Ziegen-Simulator. Also Goat Simulator. Das ist ja völlig verrückt. Es ist Daddy. Papa, bist du es? Papa, warum hast du eine Glatze? Alter, er fährt in seine unterirdische Basis. Oh, oh. Er ist der Endgegner. Also, muss ich schon sagen... Ich find's geil. Alter, was ist das da hinten? Was ist das für ein Gebäude? Also, es gibt echt eine heftige Open World scheinbar. Kann ich mir die Nuss hier einfach holen? Ne. Ne, ich komm nicht so hoch. Gib mir deine Nüsse. Gib mir all deine Nüsse hier. Die sollten wir viel öfter. Oh, oh. Ey. Mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Ja, und finishen. Uh. Gibst du mir auch ein paar Nüsse? Oh, ja. Oh, auch so einen dicken Zapfen. Danke. Ja, guck mal, Alter. So hab ich ja im Easy ein bisschen was abgeräumt. Guck mal, hier sitzt auch jemand. Oh, oh. Oh, nein. Der feiert seinen Geburtstag ganz alleine. Hey. Sei nicht so traurig. Gib mir deine Nüsse. Okay, er will mir seine Nüsse... Oh, oh. Wer seid ihr denn? Oh, aua. Aua. Ey, warum schießt ihr denn auf mich? Oh, warte mal. Vielleicht sollte ich auf das Hausdach. Oh, ja. Sehr nice. Weil ich brauch ja auch noch ein paar von den großen. Hoch oben am gelben Haus. Hier ist auf dem Dach auch noch was. Oh, ja, ja. Da kann ich doch... Ah, krabbelig rüber. Oh, zack. So, kein Ding. Dankeschön. Oh, okay. Das geht kaputt. Das wusste ich nicht. Warte mal, dann mach ich das so. Bounce. Nee, fall doch nicht um. Oh, nein. Nein, die haben Waffen. Bitte lassen sie mich. Hör auf zu schießen. Ich darf, glaube ich, gar nicht so hoch sein, wenn ich da jetzt gleich runterjumpen will. Oh, oh, oh. Warte, warte, warte. Jawohl. Warte, warte, warte. Jawohl. Und oben. Perfekt. Und schnapp dir die geile, saftige Eichel. So, ich hätte ganz gern wieder meine Waffe. Jungs, Jungs. Chill. Chill. Digga. Okay. Oh, ich hab keine Munition. Aufladen. Oh, jetzt mach ich fertig, Alter. Komm her. GG. Kann das sein, dass der eine den anderen irgendwie umgeschossen hat? Warum liegt denn der eine im Dreck? Sorry. So, vom Ding her bräuchte ich noch eine von den dicken, großen, saftigen Eicheln. Oh, was haben wir denn hier? Ja, aber da brauche ich wahrscheinlich ein Skateboard oder so. Kann das sein? Oder vielleicht das Auto? Weil ansonsten komme ich hier nicht hoch. Oh, warte mal. Wie komme ich an das Ding hier unten? Irgendwie kommen wir... Ah, hier? Nee. Wie komme ich noch da unten? Also dieses Rote ist schon ein bisschen sus. Ich werde mal gucken, dass ich da reingehe. Weil ich sehe jetzt hier keine Öffnung, aber da drin sind Leute. Hallo? GG. Oh. GG. Danke. Oh, da kommt noch sein Homie. Bisschen zu spät. Oh, alter. Danke. Ah, warte. Ich scheiße auf ihn. Ich gehe jetzt hier erstmal durch. Gucke, ob hier irgendwas krasses ist. Oh, das war ein guter Schuss. Schöne Tapete. Sehr geil. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch gleich schon die 400. Können wir hier mal reingucken. Ich will eigentlich nur nach unten. Hallo? Was geht bei dir? Was ist hier? Hier ist eine Toilette. Oh. Durch die Toilette. Als ob. Durch die Toilette. Sehr geil. Wir haben die 400. Bedeutet, wenn wir jetzt gleich hier... Bisschen auch hier irgendwie nur rumkommen. Aber die Sachen sind alle zu. Gibt es hier irgendeinen freaking Trick? Oh, was ist das? Ah. Die hier. Warte mal. Warte mal. Ich probiere mal, das Geld jetzt zu werfen. Gegen das rote Ding. Vielleicht bedeutet das rote, dass es zerstörbar ist. Ah, scheiße. Oh ja, tut es. Dann nehmen wir da jetzt das andere Explosive. Zack, Junge. Beeilen uns lieber. Ich weiß nicht, ob das irgendwann von selbst explodet. Schneller Paletto. Schneller. Vereil dich. Ah, geht auch so. Wir können das jetzt aber benutzen, um Freiheit zu erlangen. Und batz. So, wo ist das schöne Auto? 400 normale Eicheln und 12 goldene. Eichhörnchen mit einer Waffel. Jawohl. Zack. Als ob. Jawohl, Junge. Ich bin das coolste. Au. Das coolste Eichhörnchen in der Welt. Sag mal, warum hat die mich jetzt da umgeraten? So, Leute. Ich würde sagen, das war es mit einer kleinen Runde von Eichhörnchen mit einer Waffel. Wenn es euch gefallen hat und ihr Bock auf mehr habt, schallert gerne den Like rein. Ich setze mich nochmal. Jawohl. Das ist geil. Leute, wie gesagt, lasst ein Like da. Schaut wieder mal gerne auf paluten.shop vorbei. Für Mini-Paluten und vieles mehr. Ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.